Sucht und Abhängigkeit. Irgendwie krasse Begriffe, oder? Dass Sucht negative Folgen hat, ist vermutlich fast jedem und jeder klar. Dabei denken wir klassischerweise häufig erstmal an körperliche Schäden. Neben körperlichen Folgen wirkt sich Sucht meist jedoch auch auf soziale Bereiche aus und es kann zum Beispiel zu Problemen im Job kommen. Genauso kann Sucht aber auch psychische Schwierigkeiten nach sich ziehen und beispielsweise zu einem negativen Selbstbild führen. Die Folgen von Sucht können also ganz unterschiedlich sein. Wie sich eine Sucht bemerkbar macht, hängt natürlich auch stark davon ab, welche Substanz konsumiert wird. Du kannst dir vermutlich vorstellen, dass ein langjähriger Heroinkonsum andere Folgen hat als eine Alkoholsucht. Gleichzeitig ist auch relevant, wie viel und wie oft konsumiert wird. Dennoch kommt es bei jeder Art von Sucht, früher oder später, zu schwerwiegenden Folgen. Und die Liste ist ganz schön lang. Aber welche Folgen kann eine Suchterkrankung denn genau haben? Lass uns zunächst einmal in den körperlichen Folgen starten. Sowohl verbotene als auch legale Substanzen wie Alkohol, Tabak oder auch Medikamente können deinem Körper schaden. Mögliche Folgen von einem langfristigen Konsum können unter anderem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Lebererkrankungen, Unter- oder Fehlernährung oder auch häufiges Nasenbluten sein. Gleichzeitig entsteht auch ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen, vor allem durch Alkohol, Zigaretten und Cannabis. Außerdem kommt es durch einen regelmäßigen Konsum auch zu Veränderungen im Gehirn. Durch die Einnahme von einem Suchtmittel kommt es quasi zu einem Überschuss an den sogenannten Glückshormonen im Hirn. Wie zum Beispiel Endorphine oder Dopamine. Dadurch fühlt man sich erstmal euphorisch, enthemmter und einfach gut. Man geht aber davon aus, dass der Körper durch einen regelmäßigen Konsum immer weniger eigene Glückshormone produziert. Nach dem Konsum entsteht also ein Mangel an diesen Botenstoffen. Der klassische Kater danach. Man fühlt sich zum Beispiel depressiv, abgeschlagen, lustlos und einfach müde. Um sich wieder besser zu fühlen, wird daher wieder zum Suchtmittel gegriffen. Das zeigt, dass ein chronischer Substanzkonsum schwere psychische Folgen nach sich ziehen kann. Betroffene fühlen sich womöglich oft traurig, einsam und gereizt. Und auch hier kommt es darauf an, welche Substanz konsumiert wird. Bei anhaltendem Konsum von Cannabis kommt es häufig zu Interessens- oder Antriebslosigkeit. Man hat einfach auf gar nichts mehr Bock. Bei Kokain und Amphetamin hingegen werden Betroffene eher aggressiv, ängstlich oder auch depressiv. Aber auch Psychosen können durch Substanzen ausgelöst werden. Während einer Psychose haben Betroffene phasenweise Probleme damit, die reale Welt richtig zu erfassen, weil sie zum Beispiel Halluzinationen haben oder sich durch einen Wahn bedroht fühlen. Besonders bei Cannabis besteht hierfür ein erhöhtes Risiko. Außerdem können Gehirnzellen durch einen erhöhten Substanzkonsum langfristig zerstört werden. Das kann sich deutlich auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken. Es kann zu Konzentrations- und Gedächtnisstörungen kommen. Natürlich kann auch ein anhaltender Konsum Auswirkungen auf die eigene Selbstwahrnehmung haben. Besonders, wenn man vergeblich versucht aufzuhören. Das kann zum Beispiel ein negatives Selbstbild, ein geringes Selbstbewusstsein und auch Selbstvorwürfe nach sich ziehen. Man macht sich selbstverantwortlich, fühlt sich vielleicht sogar wie ein Versager oder eine Versagerin und gibt sich ganz allein die Schuld. Auch soziale Folgen spielen eine Rolle. Bei einer Sucht dreht sich der Alltag immer mehr um die Beschaffung der Substanz, den Konsum des Suchtmittels und der Erholung vom Konsum. Es bestimmt quasi das ganze Leben. Du kannst dir vermutlich vorstellen, dass darunter irgendwann das Sozialleben leidet. Vor allem, wenn man versucht, den Konsum vor anderen geheim zu halten. Wichtige Bereiche im Leben werden vernachlässigt. Zum Beispiel die Arbeit, Hobbys, Freundschaften und Familie. Im schlimmsten Fall kommt es sogar dadurch zu einem Jobverlust. Oder der Freundeskreis oder der Partner oder die Partnerin wenden sich ab. Man isoliert sich immer mehr. Auch sind finanzielle Probleme nicht selten. Denn ein anhaltender Drogenkonsum kann sehr teuer sein. Zum Beispiel kostet ein Gramm Cannabis circa 9 bis 13 Euro und ein Gramm Koks sogar zwischen 55 und 85 Euro. Da kannst du dir mal hochrechnen, wie das aufs Geld geht. Wenn du das hörst, wirst du womöglich gerade hellhörig. Denkst du vielleicht an jemanden in deinem Umkreis oder so gar nicht selbst? In Deutschland gibt es umfassende Unterstützungsmöglichkeiten für Personen, die mit Sucht zu kämpfen haben. Die erste Anlaufstelle ist häufig die Suchtberatung. Zum Glück gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Suchtberatungsstellen, in denen Fachleute Betroffene dabei unterstützen, Hilfe zu finden. Dort wird geklärt, welche nächsten Schritte und Behandlungsmöglichkeiten am sinnvollsten sind. Das kann zum Beispiel eine ambulante Therapie sein, in der man normalerweise einmal wöchentlich für 50 Minuten zur Therapie geht. Oder auch ein stationärer Aufenthalt, also der Gang in eine dafür spezialisierte Klinik. Wie lange man dort ist, hängt dann ganz individuell von der Person und auch den Umständen ab. Betroffene werden auch bei der Vermittlung von Therapieplätzen unterstützt. Oberstes Ziel in der Suchtbehandlung ist erstmal der Verzicht vom Suchtmittel. Bei Personen, die durch ihre Sucht stark belastet und beeinträchtigt sind, ist eine stationäre Entgiftung häufig sehr sinnvoll. In der anschließenden Entwöhnungsbehandlung, ob stationär oder ambulant, lernen Betroffene dann langfristig, ohne das Suchtmittel zu leben. Sie entwickeln Strategien und finden neue Wege, um sich zu entspannen, mit schwierigen Gefühlen wie Wut, Angst und Traurigkeit auf eine ganz andere Art und Weise umzugehen. Auch lernen sie zum Beispiel, was sie bei Craving, also dem starken Wunsch, die Substanz zu konsumieren und in schwierigen Situationen für sich selbst tun können. Hilfreich sind auch Selbsthilfegruppen, in denen Betroffene untereinander Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig Tipps und Unterstützung geben können. Welcher Behandlungsweg und welche Therapie am meisten Sinn macht, gilt es natürlich im Einzelfall zu entscheiden. Denn wie jeder Mensch unterschiedlich ist, so ist es auch die Sucht. Eins ist klar, der Weg aus der Sucht ist hart, aber er lohnt sich. Umso wichtiger ist es, dass Betroffene Hilfe bekommen, damit sie nicht alleine sind. Wenn du dich angesprochen fühlen solltest oder du an eine Person aus deinem Umfeld denkst, zögere nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Wir haben für dich passende Anlaufstellen und Hilfsangebote im Beschreibungstext gesammelt. Trau dich und nimm diese Angebote an, um den ersten Schritt zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017